Herzlich Willkommen an dein neuer Episod für Feuropunkt Null. Heute tauchen wir an ein ganz faszinierendes Thema an, und zwar dem von Virtual Reality Training. Wir lehren Feliciano kennen, der bei der CFL zuständig ist für die Formation von der Lokführer. Jena kleidet jetzt ein bisschen wie dein Alltag ausgesagt, aber wie die hyper-moderne Technologie darf der Weißveränder tun, wie die Lokführer ihren Beruf erlehren. Kommt mit! Moin Feliciano! Moin Anna! Schön, dich kennenzulernen. Möchtest du sie gesehen? Und ich muss sagen, ist sie ein bisschen überrascht, häufig in einer Vintage-Lokomotik zu stehen, wo wir doch eigentlich wollten über die Realität virtuell sprechen. Das Richtige, ich verstehe den Erstaunen. Natürlich, wir werden dann noch über die Real-Virtualität sprechen, wir wollen aber einen kleinen Blick an die Vergangenheit des Berufs des Lokführers weisen, weil trotzdem auch von heute diese Welt immer mehr modern und nicht mehr technologisch geht. aus der Dauer noch einmal der Beruf verbunden mit Technik, Mechanik und eben Realität. Ich habe mal ein bisschen eine Idee, wenn das Thema erraten wird. Wolltest du ein bisschen mehr über deinen persönlichen Parcours geführt? Wenn ich richtig verstehe, bist du selber Lokführer, oder? Ja. Richtig. Es sind 1999 auf diesen Bund gekommen, für eben den Beruf vom Lokführer zu machen. Natürlich, das war eben verbunden mit einer ganzen Formation. Natürlich, das ist nicht, dass man Plug-and-Play einfach ein Lokomotiv in der Gestalt kann, sondern der für Führer. Das war eine Formation, die ungefähr 27 Monaten gedauert wird, wo man alle ausländischen Resonen kennengelernt hat, und natürlich auch alle Geführer. Aber das war natürlich nicht mehr mit allen Maschinen, sondern besser mit modernen Maschinen. Und das war mein Parcours. Aber wie warst du denn eigentlich an deine Rolle als Formateur gekommen? Ja, wie 2010 den Güterverkehr in Richtung Schweiz bin ich mal aufgehalten worden. Du hattest einen neuen Challenge im Gesicht und hast gesagt, okay, was kannst du machen? Und wirklich, dass ich meinen Beruf leidenschaftlich gerne mache. Und ich habe gesagt, das wäre vielleicht ein Moment für um eben den jungen Generationen meine Passion und auch mein Wissen eben weiter zu vermitteln. Und dafür habe ich den Challenge geholt, für den Examen zu machen, für die Präpose zu gehen und dann eben auch formaten. Und für Formateur warst du dann immer eine Rolle für den Responsablen der Formation gewesen? Richtig. Ja, das war so. Ich war acht Jahre Formateur und dann intern am Zentrum der Formation haben wir eine neue Organisation gehabt und du hast den Platz für die Responsablen der Formation freigeben. Und dann hast du gemeldet gehabt, für natürlich dann eben von der Seite vom Formateur eben an der Gestaltung der Formation zu kommen. Und wir auch können, wie wir ja noch wieder gesehen, die neuen Technologien in der Formation zu integrieren. Natürlich, dafür heilen ich meiner selber Formationen. Und dafür sichten ich immer neue Konzepte oder neue technologische Konzepte für die Formationen abzubauen. Wo wir dann beim Thema Realität virtuell werden. Das war's. Und dafür gebe ich zu und dann versetzen wir uns nur. Wir verlassen die schönen Dampflokomotiven und wir versetzen uns an die reale Virtualität. Ganz gerne. Okay. Also ich muss so in Heusin mal direkt an eine ganz andere Atmosphäre, oder? Das war's. Und wie kommt dann eigentlich dazu, die Decision zu holen, wie er bei CR-Welt zu integrieren? Ja. Für ein paar Jahre bin ich vor Studenten, vor allem in Deutschland, wo wir DB, die werden dort verträgt, wo wir eine Virtual Reality für eben manuelle Stellwirkung zu präsentieren. Und wo wir die Idee haben, die Formateure zu tun, eben Kontakt abzuwollen, für dann eben eventuell VR auch auf Platzwurst zu bringen. Und Modulen gingen die intern bei der TRFAL-Entweckung? Nein. Der erste Punkt relativ heilig ist, wo wir die Idee haben, mit der DB ein Partnerriert anzufangen, wo wir dann Modulen zusammen gemeinsam entwickeln, die eben für die zwei Gesellschaften eben gut sind. Und der Dienst, ich werde besser gemerkt, dass in jedem Fall ein Makillage, das eben spezifisch auf seiner Societät eben dann markiert. das ist ja ganz ernst. Das soll ich nur mal ein Schwermisch für den Kostkommel umzuprobieren. Das kann man mir lassen und dann gehen wir mal probieren, ne? Ja. Ja. Wow. Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich hätte niemals am Leben gedacht, dass es wirklich so realistisch wird. Na ja, da gebe ich so ein Brett für jeden Fall, denke ich, vielleicht eine Lokführer-Ausbildung umzufränken. Na, nicht ganz. Ne, ähm, welchen Modulen gingen Sie dann in Zukunft eigentlich noch gerne abheuren? Dasselbe, wie ich gesagt habe, wir sind ja zusammen mit ADB, wo wir ja dann ein Partenariat Modulen entwickeln, und das hängt davon auf, wir sind natürlich auch am Gangeloch für die neue Motrice, die 2004 hat, mit extrem präsentären Ort zu digitalisieren, für dann eben auch für die Leute können, das eben auf einen Schirm zu weisen und nicht müssen, nicht mehr auf Platz raus zu gehen. Du meinst, dass die Zukunft von der Ausbildung so ausgezeichnet wird? Ja, deils, deils. Und nach anderem versichst man ja immer mehr, auch über Serious Games, Digitalisation von Examen. Natürlich, die digitale Welt hält immer mehr Platz, aber natürlich, wir bleiben noch ein bisschen bei der Konventionelle, mehr ein guter Mix von den neuen Technologien, und man hat ein bisschen die Daten auch dabei, als der richtige Mix für in Zukunft. Ich bin so nicht die Begeisterung. Also ist hier aufzuschliessen, bei einem Rotschläger ging es zu den Jungen nach weiter, und da gibt es sich gerne, um einen Lokführer zu geben. Meist gibst du einen Lokführer, als trotzdem einen Beruf, der eben an Zukunft orientiert wird, dass für junge Generationen auch immer mehr begeistert als über neue Technologien, und dafür so dass auch wirklich das Material immer mehr technisch, modern geht, gibst du dann auch selber trotzdem einen Lokführerberuf und einen Beruf für in Zukunft. Super. So begeistert. Entschuldigung. Vielen Dank, Feliciano, für die Zeit, die wir dir in der realen Welt verbringen konnten. Du hast mich gefreut. Bis bald. Adi. Wenn auch die Zukunft von der Eisenbudematt gestarrten Welt geht auf jobs.cfl.lu und entdeckt die solche Opportunitäten, die ich abstehen.